Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück, Dead by Day, Dead by Survivor mit dem Yogi. Hallo. Hat dann bei dir auch gerade der rote Ladebalken quasi gefehlt? Am Ende du meinst, dass das oben sich dreht, da? Ja, der Anfang quasi. Das hatte ich da. Ich hatte dann gerade einen kurzen Ruckler hier im Game, hab dann erst gedacht, okay. Also ich hatte nämlich das nicht gesehen. Oh, ist Oni, oder? Ja. Das ist wohl korrekt. Oh, Digga, er kommt direkt hier hin. Ja, er guckt aber in Schränke. Warum? So, weil er jetzt wieder weg ist, kann ich wieder an den... oder auch nicht? In der Sekunde, wo hier hinten der Terrorradius ankam. Also er hat schon mal keinen Ruin, weil er tritt. Nee, nee, Ruin hat er auch nicht. Hat sich hier aber gerade an Jen gesetzt. In der Sekunde, wo der Terrorradius... Oh, genau, jetzt kommt er wieder. Schlampiger Schlachter. Ich setz mich jetzt hier einfach mal hin. Ja, ich war an dem Jen im Haus. Ich bin neben... neben dem Haus. Ja, vielen Dank, Meg, für gar nichts. Keller ist übrigens in der Chef. Ahja. Kann man mal machen. Hier, du hattest letztens gemeint, die Splitter würden nicht mehr funktionieren, ne? Ja. Die funktionieren einwandfrei. Nein. Nein. Also ich hab gestern oder vorgestern, da hab ich einen reingemacht, weil ich euch Leute verarschen wollte. Und, äh, ja. Ich wurde zur Sau. Echt? Also, ja. Ich hab schon gegen Leute gespielt, da hat's nicht funktioniert. Okay. Gut, vielleicht war das ein temporärer Bug. Was heißt Tempo? Übrigens die Killershack-Palette ist weg. Den da können wir ja auch noch machen. Ich bring den Killer Richtung, äh, Haus. Mhm. Okay. Weil ich glaube, dass da der Jen gemacht wurde. Ja, aber rechts neben dem Haus. Jetzt sitz ich an dem im Haus. Ja, ich seh's, dass daneben... Nochmal daneben wird auch grad noch einer gemacht. Okay, dann lass ich den mal in Ruhe und geh auf die andere Seite daneben. Oh, das ist der Uni. Hallo, Uni. Also da war auf jeden Fall einer, der ist relativ weit gewesen. Nicht der im Haus, sondern daneben. Ja, daneben. Ich hab's grad gesehen. Ich hab ihn grad mal angefasst. Aber ich glaub, das hat er um nie gesehen. Huh, da rennt mir ein Wilder! Doch nicht. Grötze Bremse einbauen. Oh! Da kommst du ja auch lang. No, 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 no. ich mache den gen weiter ja ja ich renne hier mit einem uni durch die gegend ziemlich anfassen weil er mich natürlich direkt beim keller ich glaube ich gehe jetzt im keller macht das mal ich gehe nicht im keller ich gehe richtung personen die am gen sitzt also auf dem bist du an dem ausgangs gen oder bei dem hinten beim haus du bist bei dem haus nein ich bin quasi schräg bei dir okay das stimmt das gar keine ausgang gerade kann das sein da wo ich bin es keine ausgang aber ich glaube du meinst den jetzt gerade weg gerannt ja ja ich renne jetzt weg richtung alles gut ich werde jetzt gerettet wurde gerettet all mich all mich halt nicht dann mache ich erst ein totem weg wenn du mich nicht heißt mache ich ein totem weg weil ich habe so ein bisschen die die befürchtung dass hier links am start sein wird möglich war bis jetzt schlampiger schlachter mehr wissen wir nicht oder blut ecco das stimmt blut ecco haben wir auch die korn limit ja gute idee gehen in den schrank rein vielleicht zieht sich ja der killer letzter zeit wenn wir nicht kinder spiele und leute ins schrank gehen denke ich ja immer die wollen mich hier links ja aber so oft haben die leute einfach nicht diesen perk drin und ich weiß nicht ob es versuchen und denken das geht auch ohne perk oder ob es ja einfach nur dumm sind und wenn der killer auf dich zu gehen du ihn anguckst dich umdrehst und in einen schrank rein gehst du so okay längst jetzt ich gehe da nicht gucken weil ich angst habe dass du headon hast oder was geht bei dir also ist also geile kombi wenn du headon hast mit des reise ja das ist ganz da hatte ich letztens eine faszinierende runde da war mein kinder noch auf level 16 ich habe fallenstädter gespielt gegen vier level 1 level 2 100 pro auch primate alle taschenlampe alle decisive strike alle den perk dass du aufstehst wenn du am boden liegst die habe ich in den ersten zwei minuten hatte ich jagd voll weil die mich durchgehend geblendet haben also es versucht haben ich hatte tierisch spaß die runde war ultra lustig die haben sich am ende noch entschuldigt weil matchmaking aber ich hatte einfach nur spaß zwei gens sind relativ weit der wo du dran saß und der hinten im haus nehme ich an richtig der wo du dran saß den würde ich jetzt gleich kloppen lassen kannst du machen da sitzt auch irgendwer dran schon wo wir haben ja perfekt das war nicht ich habe im haus ab zum haus hast du mich gesehen ich glaube er hat mich gesehen das problem ist halt ich lasse dauernd blut orbs zurück aber er hört mich nicht weil ich dinge okay wo gehe ich jetzt mit ihm hin ist hier noch eine pellete ja da hat keinen crackless fright das ist schon mal gut kam ich nicht das wäre mir zwar ein bisschen lieber gewesen wenn du im moment später getroffen worden wärst aber ja ja die eine es gibt aber auch keine totems mehr also daher ist das egal okay hier hier ist noch ein totem direkt neben mir aber das weiß ich jetzt nicht ob das brennt oder nicht ja der killer check ist auch an am tor das bin ich am anderen tor ist glaube ich auch bei oder das steht im schrank da bin ich mir jetzt nicht so sicher ich werde auch runter geholt das ist auch schon mal gut okay killer check ist jetzt auch geöffnet worden weil jemand anders das andere tor geöffnet hat ja dann gehe ich zu dem anderen tor das ist bei mir näher machen wo ist das andere tor wo ist der uni da ist der uni aber das ist gar nicht ja doch da hinten ist es da hinten ist es ich gehe jetzt erst bei mir kinder alles gut ich bin jetzt am eingang vom tor ich bin raus wenn ich will macht das ich bin weg ich halte mich noch kurz also das heißt kurz schlammiger schlachter dauert ein paar stunden aber hey die punkte kann man sich können der arme er kommt ich gebe tschüss waren 14 der kinder passiert dem son der arme kerl und wahrscheinlich auch noch relativ neu auf dem uni meine uni ist ja jetzt nicht so einfach zu beherrschen gefühlt so ja 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 nur be fan ja leider macht er nichts aktuell ja vor allem ist der ein bisschen toxisch nein der ist nicht okay gut dann ja haut rein habt eine gute woche bis zum nächsten mal čööö